Ich bin Martin Wrube, ich bin assoziierter Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und habe hier promoviert. Seit 2013 beschäftige ich mich mit innovativen und wachstumsorientierten Startups und deswegen habe ich hier diese kleine Rakete aus dem 3D-Drucker mitgebracht. Ich schaue mir Startups aus verschiedenen Perspektiven an und forsche unter anderem zum Thema Zusammenarbeit von Startups mit traditionellen, etablierten und erfolgreichen mittelständischen deutschen Unternehmen. Dazu habe ich kürzlich mit zwei Kollegen eine Studie veröffentlicht, trägt auch den Titel hier Kooperation zwischen Startups und etablierten Unternehmen. Und im Rahmen der Studie schauen wir uns insbesondere die Motive und Ziele zur Zusammenarbeit an, die Herausforderungen, die auftretenden beide Welten aufeinandertreffen. Sie ist im Internet zu finden und kann in einer interaktiven Version auch auf jedem mobilen Endgerät eingesehen werden. Ein spannendes Buch aus diesem Jahr, was ich gelesen habe und was ich auch empfehlen kann, ist das Buch Inspired von Marty Kagan. Er beschreibt auf eine sehr anschauliche Art und Weise mit vielen Fallbeispielen, wie neue Produkte in Tech-Unternehmen entstehen und wie Innovation und operative Exzellenz heutzutage funktioniert.